Hey alle, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Seit längerem haben wir uns schon über keinen Look mehr unterhalten und heute habe ich mal wieder einen schwarz-weiß Look für euch. Denn ich plane gerade das Release für meine nächsten zwei LUT-Pakete, wo es um das Thema Vintage gehen wird. Und heute bekommt ihr einen von mir gratis zum Nachstellen. In dem Falle werde ich es in Luminar AI nachstellen, ihr könnt es aber genauso gut in Luminar oder auch in Lightroom nachstellen. Die Regler sind ungefähr gleich, funktioniert einigermaßen gleich, wie gesagt. Gut, ich würde sagen, wir springen mal rüber auf meinen PC und schauen uns den Look etwas genauer an. Bevor es jetzt losgeht, noch ein kleines bisschen Werbung in eigener Sache. Schaut gerne mal, wer Luminar 4 hat oder Lightroom in meinem LUT-and-Preset-Shop vorbei. Den verlinke ich euch einmal unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, demnächst wird es da dann auch die Vintage-Looks zu kaufen geben. Ich bin in den letzten Zügen und ja, dann werden die da veröffentlicht. Die werden für alle drei Programme veröffentlicht werden. Und Kanal abonnieren nicht vergessen. Okay, ab geht's in den Look. Viel Spaß dabei. So, um das Bild hier soll es einmal gehen. Ich habe das bereits hier schon geöffnet in Luminar AI. Und wir öffnen uns das Ganze jetzt hier einmal über Bearbeiten. Und wir gehen jetzt mal die Regler hier einzeln durch. Wir sind als erstes im wesentlichen Bereich und hier müssen wir uns als allererstes mal um die ganzen Belichtungseinstellungen kümmern. Und zwar möchte ich ganz gerne meine Farbtemperatur belassen bei 5200 ungefähr. Das ist ja in dem Fall hier völlig egal. Aber wir ziehen das Ganze mal ein bisschen ins Grüne. Und zwar auf Minus 2. Die Belichtung geht runter auf Minus 1,0. Und die intelligenten Kontraste, die gehen runter auf Minus 3. Die Lichter, die ziehen wir einmal auf Plus 10. Und danach gehen wir weiter in die Schatten. Und die Schatten, die gehen in die negative Richtung. Ich muss mal kurz gucken. Ja. Minus 5. Hier an der Stelle habe ich jetzt erstmal nur die Grundlage unseres Looks geschaffen. Das mache ich immer ganz gerne noch am Farbbild, einfach zu gucken, wie sich hier die Kontraste verhalten. Das Feintuning, das machen wir dann gleich, wenn wir es umgerechnet haben, in ein Schwarz-Weiß-Bild. Und das würde ich jetzt als nächstes tun. Ich gehe jetzt hier also einmal auf Schwarz-Weiß und sage jetzt einmal in Schwarz-Weiß konvertieren. Das gleiche funktioniert wie gesagt auch in Lightroom. So. Danach gehen wir gleich mal in die Strukturen. Die Strukturen ziehen wir uns hoch auf Plus 10. Dasselbe wie gesagt wieder in Lightroom möglich. Und danach gehen wir noch in den Dunst entfernen. Also Landschaft einmal rein. Und gehe jetzt mal hier. Guckt mal. Da kriegen wir auch so richtig schön noch Kontrast in das Bild. Das soll auch so sein. Da gehen wir mal mit Plus 15 ran. Gut. Dann hätten wir das Ganze hier in dem Bereich schon erledigt. Als nächstes gehen wir einmal in die Gradationskurve. Dafür gehen wir einmal wieder in unsere Belichtung. Und sagen hier unten Kurve. Die Gradationskurve, da haben die meisten Leute Schwierigkeiten mit. Ich verlinke euch jetzt hier oben einmal meine Masterclass dazu. Da ist mal genau erklärt, wie die arbeitet. Wie gesagt, wenn ihr es nicht alleine hinbekommt, schaut einfach gerne mal in meinem Shop vorbei. Gut. Wir ziehen diese Kurve jetzt hier nach oben. Und dadurch bekommt das Bild so einen ausgewaschenen Look. Das heißt, die Schwarzwerte werden hier etwas entsättigt. Und wir haben jetzt hier kein absolutes Schwarz mehr drin. Und ich finde, das ist schon so das Grundessenz für alte Bilder. Das mache ich also in dem Bereich sehr, sehr gerne. Das ziehe ich mir hier so auf die Mitte drauf. Dann gehe ich in die Mitte des ersten Kästchens und ziehe mir das hier mal weiter runter, bis die Kurve hier am ersten Kreuz auf Null liegt. Und da setze ich mir jetzt auch nochmal einen Punkt, damit ich den Rest der Kurve hier auch noch verändern kann. Den mittleren greife ich mir einmal und ziehe nach oben. Und hier hinten, den letzten Punkt, den ziehe ich mir auch weiter runter. Und ich sage mal, das mit der Gradationskurve ist im Endeffekt auch schon der Grundlook, den wir für diesen Latt brauchen. Dann gehen wir nochmal runter in den Bereich Schwarz-Weiß. Und hier werden wir jetzt ein paar Farbänderungen vornehmen. Denn das Coole ist, wenn wir ein Schwarz-Weiß-Bild entwickeln, sind die Farben noch weiterhin vorhanden. Das heißt also, wenn ich jetzt hier am Rot-Regler ziehe, schaut mal auf die Fenster, dann wird das Rot kräftiger oder heller. Das heißt also, Farbinformationen, die jetzt noch im Bild sind, die wir aber durch das Schwarz-Weiß-Bild nicht sehen, können wir jetzt hier in der Luminanz oder Sättigung ändern. Sättigung bringt uns natürlich in dem Falle nichts, aber wie gesagt, die Luminanz. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze nochmal an. Wir gehen hier mal auf Minus 4. Die Orange- bzw. Gelbtöne, die gehen auf Minus 35. Wenn ihr jetzt mit Lightroom arbeitet, würde ich die Orangetöne auch nochmal mit Minus 20 ungefähr ansetzen. Danach gehen wir in die Grüntöne rein. Die gehen auch runter auf Minus 30. Dann Aquar. Also Zyran geht runter auf Minus 29, 28. Oder sagen wir mal 26. So. Dann gehen wir in die Blau-Werte. Blau ziehen wir nach oben auf Plus 20. Und Magenta auf Minus 20. Und jetzt hätten wir hier schon mal eine Grundstimmung für unser Bild geschaffen. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Okay, sieht man jetzt hier leider die andere Änderung nicht, aber wir haben ja gerade gesehen, wie sich unser Bild hierbei verändert. So, was brauchen wir noch? Bildrauschen entfernen würde keinen Sinn machen, denn wir wollen ja gleich noch Rauschen hinzufügen. Aber erstmal brauchen wir noch eine Vignette. Und die Vignette soll auch ruhig ordentlich sein. Da gehe ich also mal ruhig mit, ja, 45 Minus ran. Dann gehen wir in, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Danach gehen wir in die Filmkörnung. Und auch die Filmkörnung, die ziehe ich mir jetzt rein. Und zwar mit Plus 20. Das soll ruhig richtig ordentlich rauschen, das Bild. Wir haben hier mit einem richtig schönen hohen ISO fotografiert, also darf das Bild auch rauschen. Ruhig auf Plus 25. Die Größe mache ich mir auch nochmal ein bisschen größer. Und auch nochmal ein bisschen höher die Rauheit. So in etwa. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Schauen wir uns nochmal ganz kurz an, wo wir herkommen und wo wir jetzt gelandet sind. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Und ich finde, das Bild bekommt gleich eine komplett neue Bildwirkung. Gut, das soll es hier an der Stelle auch gewesen sein. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich jederzeit mit den anderen Reglern hier noch ein bisschen rumspielen. Zum Beispiel könnte man hier auch nochmal in Mattermachen reingehen. Mattermachen arbeitet ähnlich wie unsere Gradationskurve. Ich finde, in der Gradationskurve kann ich das Ganze nur ein bisschen besser steuern. Oder ihr könntet noch in die Teiltonung reingehen, wenn euch das gefällt. Und könntet ihr zum Beispiel jetzt die Schatten nehmen und ein bisschen Sättigung hochsetzen. Und dem Ganzen mit Plus 26 hier noch so einen leichten Sepia-Look verpassen. Das ist jetzt wie gesagt alles Geschmackssache. Ein bisschen höher ziehen. So hättet ihr einen schönen Sepia-Look. Oder wenn ihr sagt, nee, ich möchte hier lieber so ein schönes Blau noch rein haben. Das passt auch bei Schwarz-Weiß-Bildern immer sehr, sehr gut. Dann gehen wir in so einen Blauwert rein. Ziehen hier den Regler wieder etwas nach unten. Und hätten hier so jetzt eine kühlere Stimmung noch in unser Bild reingebracht. Ich möchte das alles nicht haben. Deswegen ziehe ich das hier einmal alles runter. Gehe dann hier unten einmal auf diese drei Punkte und sage Speichern. Das Ganze soll in meine Vorlagen abgelegt werden. Wir gehen hier mal kurz rein. Schauen mal in meine Vorlagen. Genau, hier oben ist er schon. Und bearbeiten das Ganze noch. Bearbeiten. Ups. Und gehen hier oben noch einmal drauf und sagen umbenennen. Vintage, Black and White. Hamburg. Jawohl, that's it. Umbenannt das Ganze und fertig. Gut, wie gesagt, das war ein kleiner Vorgeschmack auf das neue Lat-M-Preset-Paket, was demnächst in meinem Shop an den Start gehen wird. Ich habe mich da sowohl an den alten Schwarz-Weiß-Filmen, aber auch an den alten Farbfilmen orientiert. Und das Ganze dann noch ein bisschen nach meinem Geschmack abgeändert. Da wird es dann also je Paket so ca. 10-15 Luts geben und ihr werdet das Ganze dann nachher auch in einem Gesamt-Bundle kaufen können. Das Ganze dann nachher verfügbar für Luminar, für Lightroom und sogar Lightroom Mobile. Also hier wird an jeden gedacht und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dann mal vorbeischaut. Ankündigung natürlich hier auf meinem Kanal, deswegen Abo nicht vergessen. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen, euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.